Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr eine Katze malen könnt. Ihr könnt dafür Gouache oder Acrylfarbe verwenden. Hier habe ich mein Foto und meine Paletten. Das hier ist Gouache, das ich heute verwende. Ich habe außerdem zwei verschiedene Bleistifte, einen weicheren und einen härteren. Ich nehme den weicheren, um auf die Rückseite des Bildes zu malen und dann klebe ich mir das in mein Sketchbook und dann nehme ich den härteren Bleistift. Ihr könnt hier alle Arten von härteren Stiften nehmen und mal das durch. Und hier haben wir dann auch schon unsere Skizze, unseren Startpunkt. Dann können wir auch direkt anfangen zu malen. Und ich mache mir so ein Underpainting, also dafür nehme ich so einen Orangeton. Geht nur sicher, dass es nicht zu deckend ist, damit man die Skizze noch durchsieht. Also das ist relativ wichtig jetzt in dem Schritt. Und dann habe ich schon einen hellen Ton genommen und ich habe mir wirklich mein Foto hergenommen und immer wieder drauf geschaut und darauf geachtet, wo sind hier die hellsten Töne. Also ich habe mal mit dem angefangen. Dadurch, dass wir ein Underpainting haben, kann man auch wirklich mit den hellsten Tönen beginnen. Also das ist auch vielleicht mal eine gute Übung, das so zu machen. Ich bin das auch gar nicht so gewöhnt. Also wenn das jetzt sehr komisch aussieht, dann ist es okay. Da kommt noch viel dazu. Dieses Bild hat generell so eine richtige Ugly Stage gehabt. Also das hat wirklich lange komisch ausgesehen. Hier seht ihr, ich habe jetzt so einen Mittelton. Wie heißt das auf Deutsch? So einen Midton halt einfach. Der ist nicht ganz hell, nicht ganz dunkel, sondern etwas dazwischen. Und ich habe hier so einen Lila-Ton, der aber nicht so gesättigt ist. Also wirklich einen eher entsättigten Lila-Ton. Und auf dem Orange wirkt er dann auch nicht so knallig-Lila. Und ich wollte halt nicht braun nehmen, weil ich finde braun einfach nicht so spannend, nicht so interessant. Und ich wollte, dass es ein bisschen kreativer aussieht. Aber ihr könnt natürlich auch braun verwenden. Und ihr seht, ich habe das wirklich fast überall verteilt. Ich habe auf das Bild geachtet, wo sind hier so die mittleren Töne, die nicht so ganz hell, nicht so ganz dunkel sind. Und hier habe ich dann auch schon die dunkelsten Töne. Ich habe mir auch ein bisschen schwarz reingemischt und habe dann wirklich darauf geachtet, okay, wo sind jetzt die dunkelsten Töne? Weil dann haben wir schon einen guten Startpunkt. Wir haben die hellsten Töne, die mittleren und die dunkelsten. Und hier habe ich natürlich die Augen angefangen zu umranden, bei den Ohren Details hinzugegeben, dann die Nase schon ein bisschen umrandet. Und ja, also wirklich hier fangen schon an, es fängt an, dass wir die ersten Details sehen, im Grunde genommen. Und dann habe ich auch schon auf das Fell geachtet und geschaut, wo sind hier die dunkelsten Töne, wo ist das dunkelste Fell, wo sind die Schatten und habe damit auch schon begonnen. Also wie gesagt, das ist dann noch nicht fertig, da kommt noch einiges dazu, aber da haben wir dann wirklich schon so eine Grundstruktur eigentlich von dem Bild. Und ich verteile das halt überall und schaue halt immer wieder auf mein Foto. Ich habe es jetzt nicht eins zu eins kopiert, aber ich habe schon mir das als Hilfe genommen, um zu sehen, wo alles ist. Also ich finde das sehr wichtig, gerade wenn man anfängt, malen zu lernen, dass man auch wirklich Bilder hat, auf die man schauen kann, von denen man lernen kann. Also wirklich immer wieder darauf achten, okay, wo sind die bestimmten Töne. Und hier habe ich dann einen Rosaton genommen und habe die Zunge angemalt und dann habe ich auch noch die Mitte der Nase angemalt. Also die Nase hat verschiedene Farben, deshalb habe ich das auch so gemacht. Ihr könnt natürlich auch alles rosa anmalen bei der Nase, wie ihr wollt. Das kommt auch total auf die Katze an. Das sieht bei jeder Katze anders aus. Also ihr seht, ich habe einen dunkleren Ton rundherum genommen, auch wieder so ein lila Ton jetzt. Der ist ein bisschen dunkler als der, den wir vorhin hatten. Also im Großen und Ganzen die gleiche Farbe mit, vielleicht mischt ihr ein bisschen schwarz rein oder einfach, dass die Farbe ein bisschen dunkler wird, dunklere Töne rein. Ihr könntet auch blau oder sonst was reinmischen. Und hier seht ihr, ich habe so einen Türkiston genommen und damit begonnen, den Hintergrund anzumalen. Und dadurch, dass wir mit Orange begonnen haben und man das auch ein bisschen durchschimmernd sieht, wirkt es auch ein bisschen mehr grün. Und ich mag Türkis sehr gern, deswegen habe ich hier Türkis genommen, statt grün. Aber ja, könnt ihr natürlich auch wieder machen, so wie ihr wollt. und es kommt auch darauf an, wie deckend die Farbe ist, ob ihr dann das Orange durchseht oder nicht, wie viel Wasser ihr natürlich dann auch verwendet. Und ich habe auch sogar noch ein bisschen mehr Blau hinzugegeben, damit es noch mehr Türkis wirkt. Und ich habe die Augen in der gleichen Farbe angemalt, so passt das Ganze auch wirklich gut zusammen. Und jetzt nehme ich einen dunkleren Ton für die Zunge und schaue auch wirklich wieder auf das Bild und achte darauf, dass ich an den dunkleren Stellen, also wo der Schatten ist, auch eine dunklere Farbe hinmale. Und so baue ich mir dann nach und nach das Bild zusammen. Hier habe ich dann auch mehr so Orange- oder Brauntöne reingegeben. Also wirklich beim Fell bin ich immer wieder drüber gegangen und habe immer mehr dazu gemalt. Und dann habe ich mir schon die Pupillen reingemalt bei den Augen. Jetzt sieht es schon ein bisschen weniger komisch aus, aber ich finde, es sieht immer noch ein bisschen seltsam aus, das fertige Bild. Ich weiß nicht, ob ich 100% damit zufrieden bin. Vielleicht soll es auch ein bisschen weird aussehen. Ich weiß es nicht. Dann haben wir die Lichtreflexion in den Augen. Also da habe ich wirklich dann weiß genommen, damit das schön raussticht. Und ja, ich habe mich halt nach und nach vorgearbeitet, besonders beim Fell. Mal da ein bisschen, mal da ein bisschen. Immer wieder aufs Foto geschaut. Okay, wo sind die helleren, die dunkleren Töne? In welche Richtung verläuft auch das Fell? Das ist auch ganz wichtig, dass er das in die richtige Richtung malt. Das sind eigentlich nur Linien. Es sind kürzere und längere Linien. Und da achte ich halt wirklich aufs Bild, in welche Richtung die Linien verlaufen. Es macht halt auch Sinn, dass das Fell so von den Augen wegwächst, so parallel zum Beispiel. Und hier seht ihr, ich habe ein bisschen einen dunkleren Türkiston genommen für die Augen und habe halt die untere Partie ein bisschen ausgespart, so dass wir verschiedene Farben in den Augen haben. Und dann habe ich wirklich nochmal weiß genommen, also pures Weiß und habe mir die Highlights nochmal rausgeholt. Natürlich, durch das, dass wir Fell haben und das auch wirklich übereinander wächst, muss man auch ein bisschen hin- und zurückgehen, ist das auf Deutsch? Heißt das so? Also man nimmt einen helleren Ton, dann geht man wieder mit einem dunkleren ein bisschen drüber und dann wieder mit dem helleren, damit es sich auch ein bisschen überschneidet und gut aussieht. Ich hoffe, das macht Sinn, weil wenn ich nur einmal mit den hellen Tönen male, dann sind alle hellen Töne im Hintergrund und dann sieht das nicht so gut aus. Also ihr seht hier, ich habe jetzt angefangen, den Hintergrund anzumalen und ich habe hier wirklich eher simplere Blätter gemalt und die in verschiedenen Farben. Also ich habe mit so einem hellen Grün begonnen, das sieht eigentlich ziemlich cool aus auf dem Türkis, wenn ihr mich fragt. Also ich finde, das passt schon noch sehr gut dazu und dann habe ich noch eine dunklere Farbe genommen, die fand ich dann auch noch cool und dann den letzten Schritt hätte ich mir sparen können. Also ihr seht es gleich, jetzt habe ich einen dunkleren Ton, das sieht auch noch cool aus. Da habe ich auch dann darauf geachtet, dass sich meine Blätter vielleicht ein bisschen überschneiden, weil dann wird es ein bisschen mehr dreidimensional und ein bisschen dynamischer, wenn sie sich auch ein bisschen überlappen und wenn sie sich gar nicht berühren, ja, dann ist es halt ein anderer Look. Das kommt darauf an, wie ihr das lieber habt, aber ich finde es so ganz cool. Also hier ungefähr nach diesem Blatt, hier hätte ich aufhören sollen. Ich finde, hier sieht es am allerbesten aus, aber hier habe ich dann noch eine hellere Farbe genommen, das ist dann wirklich schon fast pures Weiß und habe dann noch mal eine Schicht gemacht. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich es noch mal machen würde, würde ich mir die Schicht, glaube ich, sparen. Und dann bin ich auch noch mal in die Katze reingegangen und habe wirklich noch so fertige Details, Details, Deutsch, dazu gemalt. und natürlich fehlen auch noch die Schnurhaare und ich habe wirklich dann noch darauf geachtet, dass das Fell einfach noch ein bisschen dynamischer wird. Ich wollte auch, dass es ein bisschen so zerrüpft, zerrüpft, sagen wir in Österreich, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, in Deutschland, dass es so aussieht, also als ob die Katze vielleicht mal gebürstet werden müsste. Keine Ahnung, ich finde, dass es so aussieht, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ja, so sieht das dann auf jeden Fall aus und ich habe halt noch mehr, noch mehr Fell dazu gemacht. Wenn ihr wollt, dass das Fell ein bisschen geschmeidiger aussieht, dann müsst ihr die Linien ein bisschen mehr verblenden und nicht so viele einzelne Striche haben. Und hier habe ich dann wirklich noch die Schnurhaare hinzugefügt und dann ist unsere Katze eigentlich auch schon fertig. Ich hoffe, dass euch das Tutorial gefallen hat. Ich weiß, dass es sehr schnell ist, immer auf YouTube in so einem Tutorial. Also lasst mich mal wissen, ob ihr gern mehr Tierbilder sehen wollt und vielleicht mache ich auch mal einen Kurs zu dem Thema, der wäre dann auch länger. Also ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst mir einen Daumen hoch da und ich hoffe, ich sehe euch wieder beim nächsten Mal. Tschüss!